Nee, aber da hinten, die... Wir müssen die gleich da hinten aktivieren. Scheiße, guck mal, wie viele davor stehen. Ja, muss, geht nicht anders. Ja. Okay, vorsichtig, werfen Wollos auf. Oh, lol. Hinter dir rum jetzt. Lauf, Charakter. Lauf doch, bleib doch nicht stehen, du Affe. Ach, der immer, wenn er von den Zombies angegriffen wird. Los rum her, Geschwister. Ey, Zombies, jetzt ist es zu spät, jetzt rumpelig. Komm hoch schon. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Ja, jetzt sind es zu viele. Oh, jetzt hat die noch die Zunge. Wo kommt der denn jetzt her? Bei mir liegt es halt gerade wie die Sau. Okay. Ach, damit hat sich dann die Strom hier tot und die anderen beiden liegen. Ah, zu kotzen, ey. Okay, ein Versuch noch, dann muss ich leider. Vielleicht evakuieren die weiter hinten. Ah, ich hasse Einkaufszentren. Einer kann sich jetzt gerade noch hochheilen und dann hier das andere Medipack, was hier liegt noch hinten. Ja, das mache ich auch. Bin schon dabei. Was war dann los? Wir müssen versuchen, dass die grüne Energie bis zu diesem Alarm-Mechanismus vorhält. Weil wenn der Charakter einmal anfängt zu humpeln, war es das. Pass doch auf! Lade nach! Ja, dann möglichst schnell durch, oder was ist der Plan? Ne, bringt ja nichts. Je länger wir rumeiern, umso mehr Zombies kommen, ja. Ja, aber wir müssen die Augen aufhalten. Hier ist jetzt irgendwo eine scheiß Sirene. Oh, schon gehört. Ja, die sitzt irgendwo unten, die Witschwitsch, glaube ich. Ne, die läuft da hinten rum. Hinten links. Okay. Scheiße, hier kommen jetzt alle Bosse. Scheiße, werkt ihr aktiviert? Irgendwo ist sie. Maxian. Maxian hat sie aktiviert. Wie jedes Mal. Jetzt wieder unten. Bin noch nicht ganz am Ende. Ist okay. Sehr verbunden. What the fuck, eh? Juhu, nur mal so. Kotz, da. Vincent, dank dir für dein 2 Euro. Dank dir. Oh, ich bin jetzt erschrocken. Hab ich ja noch nie gehört, mein Spenden-Ding ins R. Was tat denn? Was? Geil, man kann hier plündern? Das ist ja stark. Will auch was finden. Oh, lol. Lol, voll wie zumies vor dich. Ja, wir sollten hier weiter und nicht so lange hier aufhalten. Das kommt immer näher. Hier ist entlassen. Hier ist entlassen. Wow. Das ist ein Hunter. Wow. Hier gibt's ein Defi. Oh, oh. Charger. 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 Okay, ist down. Die Mediaöffnung in Polen. Ja, die Media mag der Öffnung in Polen. So sieht's aus. Brumia streamt ja auch. Ja, genau. Ausdrufezeichen Multi. Kriegt da den Link auch zu uns beiden. Ähm. Hier oben liegt noch ein Defi, falls einer ihn mitnehmen möchte. Wie war das noch? Ich komme. Sollte ein, äh, Distillant in Chernobyl aufgemacht werden. Der Vorteil ist, äh, dass die Mäuse da schon vorhanden sind. Irgendwie, keine Ahnung. Da in der Ecke. Ha, aber hey, erstmal Ozan amt. Lol. Vielleicht keine Muni mehr. In den Axten. Woher weißt du denn, dass ich auch streame? Außer... Vielleicht hat er das mitbekommen. Oder kennt deine Stimme? Ich weiß nicht. Ich brauch hier mal Hilfe! Ah, mein Gott, ja. Unterspringen war ja hier nicht. Aber hey, wir müssen hier unten lang, irgendwie. Ach, du bist da. Ich komme! Ja. Ich krieg dich wieder hoch. Ich krieg dich wieder hoch. Das hört sich auch wie ein schlechter Porn noch. Nein! Was machst du? Hä? Du warst doch oben! Ja! Ich nochmal, ja? Vor dich, da kommt ein Spucker. Der war live noch. Müsste down sein. Da unten lag doch bestimmt wieder ein Medi-Kit. Oder liegt doch bestimmt wieder nicht. Ne, die liegen immer unterschiedlich. Oh, schade. Diesmal nicht mehr. Oh! Charger! Oh, voll viel Zombies! Oh, fuck, Alter. Na? Ein Geldautomat! Lassen Sie knacken! Wenn schon Zombie-Apokalypse, dann wenigstens mit, äh, mit Dick Money. Mit richtig Money? Ja, auf jeden. Ich gucke immer erst alle Streams durch, ich habe bei dir leider nur Schwarzbild. Ach so! Ah, okay. Auch wenn du es über Multi-Twitch probierst, außer... Der Ausrufezeichen Multi kannst du bei mir im Chat einen Multi-Twitch-Link aufrufen. Äh, wo ist ein Dicker? Mann! Frage ist nur wo. Ich kann nicht zuordnen. Danke, Christian! Zombies sind ein Zombiespiel, sowas gibt es wirklich. Ja, ist ein Ding, oder? Unglaublich. Frage ich, vielleicht keine Muni mehr. Ja, ich auch nicht. Deswegen gehe ich auf Nahkampf. Also deswegen habe ich jetzt meine Achse in der Hand. Denn wenn der Tank kommt, brauche ich die restliche Muni. Von hinten, von hinten, von hinten. Da kommen voll viele. Oh, Smoker. Oh, Beka. Aua, ich hänge fest. Oh, Mann. Sie ist irgendwie nach oben. Helle, 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 helle. Vielen Dank für die Follow-Auser. Und hey, da haben wir einen Abend. Hier oben ist er. Oh, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, der Jockey ist auf mir. Danke, Rumiad. Oh. Jetzt habe ich nur auf Pistolen. Gehst du mal weg, du Scheiß-Zombie. Ich bin beschäftigt. Go, 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 go. Tank is down. Sehr gut. Das ging doch erstaunlich gut. Puh. Ihr müsst jetzt bloß noch die Midi-Packs finden für euch. Jetzt bin ich gleich wieder der, der grün ist, alleine. Ja. Uh, Vincent, vielen Dank für deine Donation. Hahahaha. Vincent, was ist los mit dir? Hast du einen Lotto gewonnen? Ich will auch. Habe ich bei Paddy auch gemacht. Naja, bei mir. Vielen, vielen vielen Dank. Jetzt kann ich erst so eine Szene erfehlen. Das ist Wahnsinn. Oh, oh, Zombies hier auf der Rolltreppe. Ja, wir müssen weiter. Oh, nicht nur auf der Rolltreppe. Ja. Lad ihn ab. Axt regelt. Aber ich bin so gut wie down. Langehaltig lasse ich mir durch. Ja, wo bist du denn? Wir sind doch hier in einer Tiers. Warum wirst du denn auf mich? Ihr seid ja schon, ihr seid schon weiter weg. Ich hatte hier Zombies am Arsch. Nein! Nein, ich habe einen Smoker. Moment. Warte. Ja, das war's. Jetzt will ich nicht mehr grün. Kommt ihr dann oder eher nicht? Ja, ich war schon da. Ja, ich war nur dabei, Hülle zu retten. Und das war mir ein Schuss nach hinten. Na, kommt er. Tolles Lied. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Wie geht's dir Tarant, Wynn? Aber hier waren ja Medikids, ne? Bei mir ruckelt's gerade total komisch. Ja. Moment. Oh, wo ist First Aid? Nein! Hand auf hier! Jetzt geht's gut. Aua! Hilfe! Jungs! Waffen! Oh, Smoking. Alles klar. Als hätte ich FPS-Drops oder sowas. Von mir ruckelt das gerade voll komisch. Okay. Das ist ja strange. Ja, aber hier waren doch vorhin irgendwo First Aid Kids. Da vorne. Ohohohoho. Nicht mich reindrängeln. Odin. Ohohoho. 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 Ohohohoho. Charger. Hast du mir auch eins? Danke. Zombies, die aus dem Gang. Aua, jetzt nicht. Aua, hör auf mich. Au. Ey, die Klischee in den Abend. So. So, ich heil mich auch noch und dann probieren wir das dann nochmal. Warte, wo war die Muni? Hier ist die Muni. Da vorne. So. So, besser werden wir hier nicht hinkommen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, sind wir zu dumm und sollten es sein lassen. Ja. Ja. Okay, alle bereit? Ja. Ja. Dann so schnell wie möglich hoch jetzt. Wird gejockeyt. Danke. So viel dazu. Los, weiter. Passt auf. Wir müssen den Alarm abschicken. Mann, es geht jetzt wieder so viele Zombies. Die kommen immer. Da kannst du nichts gegen machen. Alter, der Hunter hätte dich fast gekriegt. Ah, Charger. Der Wichser. Der hat mich mit runtergenommen wieder. Ja, klasse. Ich versuche, um hier zu helfen. Aua, jetzt hat der Charger mich. Renn weiter, renn weiter, renn weiter, renn weiter. Komm nicht. Ja, ich bin total am Arsch der Heide jetzt hier. Es werden nicht weniger Zombies. Ne, die kommen alle hier aus dem Raum, wo der Alarm drin ist. Oh, Leute. Die kommen wirklich alle hier raus. Jetzt. Jetzt sind sie dauernd. Du spielst ja alle mit dem jungen Jahrhund. Ich bin komplett auf dem Tisch. Ich versuche mal wieder zu euch hinzukommen. Ich versuche mal wieder zu euch hinzukommen irgendwie. Okay, allein bis unten. Oh, sehr schön. Oh, Loll, eh. Wahnsinn. Wartet ihr auf mich? Das ist gut. Ja, die Pipebomb wollte ich werfen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ne, ich auch nicht. Es wurde gestartet. Wenn nicht alle weg, ne? Ne, wir warten aber auf Fleisch. Ne, wir warten aber auf Fleisch. Ähm, da-dum, da-dum, da-dum. Äh, Winds sind auf jeden Fall aus dem Osten. Den Bezug verrate ich nicht. Hey, Sabi, guten Abend. Das ist nicht im Osten. Ach so, wenn du das sagst. Ich hätte stören können, das wäre der Osten gewesen, aber... Kann ich natürlich auch irren. Boah, was? Du hast Acid Reflex gerade verdient. Ja. Du hast ja richtig die Acid Reflexes, Digga. So brennend, hm? Das ist passiert. Das ist passiert. Irgendwelche Dicke da vorne irgendwo. So, bis links um die Ecke. Der Hunter, ja, er sitzt auf mir. Danke. So. Oh, lol. Komm noch sage und schreibe 5 HP. Ja, ich hab schon... Oh. Nein, scheiße. Jetzt bin ich auch down. Das ist ein Scherz, oder? Vorsicht hinter uns, Charger. Ich bin auch down. So, lass mal sehen. Alles klar? Okay. Ich muss das packen. Ich muss das packen. Na, Zavi, wie geht's? So schnell, wir müssen Medi-Kit finden. Schneller, schneller, schneller. Oh, Jokey. Wir brauchen eher den Safe-Room. Ja, der Safe-Room wäre wichtiger. Das ist wohl wahr. Ja. Einen würde ich auch nehmen. Aber ich bin nicht ganz so gierig wie ihr. Ich wäre auch schon mit dem Medi-Kit zufrieden. Hölle, 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 Hölle. Vielen Dank für den Follow, Zavi. Boah, ein HP, äh. Bum, 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 bum. Ich bin nicht so schnell, dass ich in dem Moment auch noch eine Pipebomb werfen könnte. Ach so, für den S, meinst du daran finden? Ne, so einfach bin ich nicht rumzukriegen. Was machst du denn, äh, Vincent? Beruflich. Wenn man fragen darf. Lade nach! Ach, hier ist keine Menschenseele. Okay. Geist dich zusammen, Mann. Du musst das schaffen. Oh, wir haben es noch nicht wei- äh, noch nicht geschafft. Oh, ich bin down. Schande über dich. Nein, das ist in Ordnung. Keine Schande. Irgendeiner hat auf mich geballert. Keine Schande. Ich bin down. Ja, irgendeiner hat auf mich geballert. Oh, warte. Oh, der Doki sitzt auf mir drauf. Mach das außer, ob es funktioniert. Mir geht's sehr gut. Hey, Targarnife. Na, Ben? Ja, das war's. Doki ist auf mir. Wow. Ja. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, ich bin auch raus. Jo, passt. Äh. Wir haben's versucht. Ach, komm jetzt mit, mit, mit. Mit, mit. Ne, ich muss leider raus. Rochelle Bot schaffen war das schon. Ah, klar, die macht das. Danke. Rochelle, halt mich, so ist das vernünftig. Dass das jetzt selber nimmt. Ich wünsche euch mal noch viel Spaß, wa? Jo. Jo, und ihr auch. Bis dann. Tschüü und danke. Ja, ciao. Ich bin der Neue und komme öfters. Was? Außer grad. Hi, ich bin der Neue, ich komme jetzt öfters. Das hab ich verpasst. Ja. Erneute Runde, erneutes Versagen. Beziehungsweise, seitdem du bei Hölle weggegangen bist, hast du verpasst, dass ich die Munition aufgefüllt habe. Oh, und ich trink mal einen Schluck. Leide nach. Ach. Ach. Äh, Fleisch ist gegangen. Yay! Ja. Danke für den Follow, Außer. Das ist richtig. Leute, ich sehe meine ganzen Bilder endlich mal, äh. Geil. Hat er gesagt, dass er jetzt geht. Lass du Teile herstellen für Tattoo und PMU? Okay. Lass du Teile? Für Tattoos? Für Tattoo? Wahrscheinlich für irgendwelche Tattoo-Maschinen oder sowas. Hm. Das klingt ja interessant. Ich hab in Marzahn meinen... Ah, wer kommt denn da? Hey! Omenabend! Hallo und willkommen beim Versagen des Grauens. Bei den... Bei den... Bei den Noobs. So, alle... Alle ready? Wir sollten mal... Komm, ich werd mal mein... Medikit in Rochelle reinballern. Du darfst in Rochelle was reinballern? Ich werde Fleischer. Ich werd erst mal in Rochelle was reinballern. Ach, die Griffstücke. Ach, die Griffstücke. Alles klar. Ja. Voll geil. So, jetzt... Denn definitiv... Kriegt man bei dir denn Prozente, wenn du Fleischer wirst? Ich brauche bald viel Zwiebelmädchen. Ich hab Bock da drauf. Was? Außer mein grad, ich werd bald Fleischer. Weil ich meinte, Fleischer ist grad gegangen, Doktor Fleisch. Also. Er sagt Außergrad, äh... Ich werde Fleischer. Ja, geil. Niemals den Bot heilen. Ich bei ihm nenne meine...